Ein Erfolgsmodell kann morgen seinen 30. Geburtstag feiern. Hof Fleckenbühl in Kölbe bei Marburg. Er steht allen offen, die von der Droge weg wollen. Kalter Entzug ist so ziemlich das Härteste, was ein Drogenabhängiger durchmacht. Für viele war der Hof die letzte Rettung. Wenn es Fleckenbühl nicht geben würde, wäre ich vermutlich schon seit 7 Jahren tot. Adriane Schrablewski, ihr Leben, einst von Drogen bestimmt. Alkohol, Speed, Koks, zuletzt bis zu 10 Opiat-Tabletten am Tag. Mein Körper war total am Ende. Ich war richtig schön aufgeschwemmt von den Opiaten, die ich konsumiert habe. Ich war nur noch am Zittern, viel am Brechen. Ich hatte manchmal Phasen, wo wirklich gar nichts mehr ging. Sie verliert ihren Job als Bauzeichnerin. Entziehungskuren folgen. Wieder rein in die Sucht, zurück in den Entzug. Ein Teufelskreis, den sie erst auf Hof Fleckenbühl beendet. Ich habe hier mitgearbeitet. Ich bin sofort sehr schnell unter die Leute gekommen, hatte auf einmal Leute um mich rum, mit denen ich einfach gerne zusammen war. Und hatte auf einmal ein ganz anderes Leben als bisher. Hof Fleckenbühl ist eine Gemeinschaft. 110 Menschen mit Suchtbiografien bewirtschaften hier zusammen einen Biohof. Philipp Pietsch ist in der Käserei. Schon mit 18 Jahren war er einmal hier. Damals war es eine Auflage des Gerichts. Danach ist der Junge aus Dresden wieder rückfällig geworden, mit Cannabis und der Modedroge Crystal Meth. Jetzt, 3 Jahre später, ist er zurück in Fleckenbühl. Diesmal freiwillig. Ich wäre im Knast oder richtig abgefuckt auf der Straße. Wie man es kennt, so aus dem Fernsehen, ein richtiger Junkie. Das sind so meine Optionen, wenn ich nicht hier wäre. Die Arbeit hier bildet den Rahmen für einen geregelten Tagesablauf. In der Landwirtschaft, in der Keramikwerkstatt oder im Hofladen. Dort bieten die Fleckenbühler ihre Bioprodukte an. Mit ihren Erzeugnissen finanzieren sie sich zu 50% selbst. Der Rest kommt vom Land Hessen, Spenden und Stiftungen. Mit den Händen nüchtern werden, ist das Prinzip Fleckenbühl. 12 Berliner, selbst ehemalige Drogensüchtige wie Ronald Mayer, haben den Hof bei Kölbe gegründet. Wir glauben, dass es wesentlich ist, dass man, wenn man beginnt, nüchtern zu werden, keine Drogen zu nehmen, dass man etwas zu tun bekommt, was sinnhaft ist, was mir persönlich sinnvoll erscheint. Das Ganze ohne Ärzte und Therapeuten. Die Sucht macht jeden hier zum Experten. In regelmäßigen Gesprächsrunden und bei den Mahlzeiten tauschen sich Philipp und die anderen aus. Die Erfahrungen, die hier weitergegeben werden, von alt zu den neueren Leuten, das ist das, was hilft. 50% geben nach 2 Wochen auf. Adriane hat es geschafft. Sie ist sogar aufgestiegen. Von der Stallarbeit in die Verwaltung. Wenn sie heute die Fotos aus ihrer Drogenzeit sieht, ist ihr die Frau auf dem Bild fremd. Ich finde es furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich mich so weit habe bringen lassen können. Es sieht schlimm aus. Da möchte ich auch nie wieder hin. Adriane möchte ihren Job hier behalten bis zur Rente. In diesem Jahr feiert sie ihren 9. Klinge-Geburtstag und am Montag auch Geburtstag von Hof Fleckenbühl. Seit 30 Jahren finden hier Menschen den Weg aus der Sucht. Ein guter Grund zu gratulieren.